so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf mein kanal heute dreht es sich alles um die kursack von leslie im wahrsten sinne des wortes drehen das runde teil hier schön meine glaube ich jetzt schon lieblings batterie von leslie in dieser artikel vor gebraucht alle selten schweren gegenständen stabilisieren okay das ist ja gut dass leslie das schon selber schreibt da hat man ja vertrauen in die batterie ja auf jeden fall die kursack dreimal bestellt bei pyrostation natürlich link in der beschreibung leute für 7,99 das stück einfach eine fette batterie ich kann es nur jedem empfehlen jeden ans herz legen für acht euro das teilzunehmen die schießt zwölf schuss screamer die zu einer crackling wolke mutieren ich habe so bock auf das teil leute da gibt es fast gar nicht mehr zu sagen 111 gramm hat das teil nur sagen jetzt sehen wir uns bei der zündung von der kursack von leslie viel spaß genießt es leute mein highlight dieses jahr leslie korsack dieser artikel vor gebrauch an allen seiten mit schweren gegenständen bestücken machen wir das werden wir uns machen ja so dass der hier ja nicht umfällt dass die ja nicht umfällt eingebaut ich freue mich so auf das teil leute lasst es euch schmecken mit der leslie korsack für diese zündkünste bitte ein like dalassen jetzt auch wieder geschossen wie sau aber hammergeil gucken wie die da liegt da steht sie sexy teil leute kaufe empfehlung auf jeden fall du hast es gesagt meine liebe leslie korsack von leslie korsack ja mach mal jetzt richtiger 3d effekt wenn es in publikum ist 10 so ich 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 ich